Weißt du, was dich antreibt und begeistert? Warum deine Mitarbeiterinnen morgens aufstehen, motiviert zur Arbeit gehen und was deine Berufung ist? Und weißt du, was der Sinn deines Unternehmens ist und wie es dazu beiträgt, die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen? Mein Name ist Christine Dethloff und ich bin Beraterin und Gesellschafterin der UPEGA. Ich bin Holger Kemmerer, Geschäftsführer und Gesellschafter der ATD GmbH. Und wenn für dich die Themen Agilität, Motivation durch Sinnorientierung und selbstorganisiertes Erreichen von Zielen eine Rolle spielen, dann ist die Frage nach dem Purpose, nach dem Sinn deines Unternehmens noch deutlich stärker als die Definition von Vision und Mission. In unserem Impulsvortrag stellen wir dir vor, was Purpose genau ist und wie er zur Kraftquelle in deinem IT-Unternehmen wird. Wir freuen uns auf dich! Vielen Dank!